Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte euch, obwohl es ein bisschen dunkel ist hier, die Lampe einmal zeigen, wenn sie leuchtet. Also ich habe jetzt aus der schwarzen Lampe die Birne, also die Birne aus der schwarzen Lampe da reingemacht, weil die, die ich gekauft hatte, war wahnsinnig hell und sehr weiß im Licht. Und das ist halt so ein Gerdes, ich hasse weißes Licht. Und naja, so ist es ganz gemütlich, so kann ich hier, ja, muss nicht immer dieses Deckenlicht anhaben. Es ist nicht ideal, also ich hätte schon gern, wie gesagt, diese Lampen von oben. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, es geht, es war kein Fehlkauf, kann man mal so sagen. Aber ja, das gäbe vom Eis jetzt nicht, aber es ist zumindest, ich habe das gestern Abend schon angehabt beim Fernsehen gucken, oder so, da braucht man dann nicht so das große Licht immer anmachen. Aber ja, es ist schon sehr, es ist schon dunkel und es ist auch nicht so hübsch und auch nicht so schön. Also, wie gesagt, Lampenaufgabe ist noch nicht fertig, aber es geht, es ist alles gut, sieht schön aus und macht ein bisschen das Ganze gemütlicher, würde ich mal so sagen. Ja, jetzt ist es, lass mich mal auf die Uhr gucken, 3.35 Uhr, bin aber schon eine halbe Stunde, also um drei bin ich aufgestanden. Ja, und wie immer, jeden Morgen das Gleiche, jetzt werde ich anfangen zu essen, zu frühstücken und ja, Internet ist zum Glück wiedergekommen gestern um 5 nach 10 oder 10 nach 10 ist es wiedergekommen, nachdem ich dann nochmal angerufen hatte, obwohl du ja ja zu keinem Mitarbeiter durchgestellt wirst, ne, das ist alles Bandansage. Ich weiß gar nicht, ob ich noch weiter hätte irgendwo klicken bzw. mich weiter hätte durchstellen lassen können, das weiß ich immer nicht. Die prüfen dann einmal anhand meiner Telefonverbindung, ich habe ja meine Telefonnummer, meine Handynummer dort bei der Türk Telekom gespeichert und dann können die meine Telefonnummer mit meinem Anschluss verbinden sozusagen, dann prüfen die, machen die einen Checkup und dann können die sagen, ob es eine Störung ist oder nicht und wie lange das dauert. Die hatten ja erst gesagt, bis 22 Uhr und das kam, war dann immer noch nicht da, ich war schon am Verzweifeln, weil ich konnte meine Schauts nicht hochladen, ich kann meine ganzen Videos nicht hochladen und dann habe ich nochmal angerufen und dann haben sie gesagt, also die Ansage, das ist immer eine automatische Ansage, dass bis heute Morgen um 10, also am 27. um 10 Uhr voraussichtlich dann die Störung behoben sein wird. Da habe ich gedacht, na toll, also die ganze macht kein Internet, das bedeutet, dass meine ganzen Vlogs nicht hochgeladen werden können. Das ist natürlich immer blöd, weil ich dann nicht weiß, ob sie auch rechtzeitig oben sind und auch die anderen Videos, die ich gedreht habe gestern. Ja, egal, ist auch alles nicht lebensbedroht, aber ihr kennt mich ja, wenn sowas passiert, drehe ich durch und dann kam es aber wieder, ne, ganz unerwartet. Ich laufe hier die ganze Zeit ja dann zum Ruder und gucke, ob es da ist und dann war es auf einmal, da war es ein Viertel nach 10 oder so, war es dann, ups, die ganzen grünen Knappe, Alhamdulillah, waren wieder an. Und ich habe mich gleich hingesetzt, ich habe alles hochgeladen, was ich hochladen wollte und jetzt ist alles schufschüttelt oben und ja, Internet, weiß ich gar nicht, ob es da ist, müsste ich mal gucken. Bin ich jetzt auch gerade mal gespannt, aber ich denke schon und ja, dann würde ich sagen, starten wir an den Tag und ich habe ganz gut geschlafen, obwohl heute Nacht, ich weiß auch nicht, die Hunde haben ein paar Mal gebellt, ich habe überhaupt das Fenster aufgelassen heute Nacht und dann hat das so ein helles Licht auf einmal gegeben, wie so ein Blitz oder so. Dann haben die gebellt, oh mein Gott, ich habe mal geguckt, aber ich habe nichts gesehen, ne, keine Ahnung, also die haben ein paar Mal angeschlagen heute, beide und das ist schon, das heißt schon was, wenn beide bellen, weil normalerweise ist Bonchuk eher zurückhaltend, die verlässt sich da auf das Pferchen sozusagen, auf den Ruder und dann, aber heute haben beide richtig laut gebellt. Na gut, mein Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß, heute ist Mittwoch und was ich mache, ich habe keinen Plan, ähm, schauen wir mal. Guck, man macht die Fenster gerade auf und normalerweise stehen die ja beide hier ganz parat und sind ganz, äh, ja, wollen unbedingt zu mir, aber heute hat das zu tun. Der Herr, der muss heute hier aufpassen, der hat kein Auge für mich hier und sie ist ganz lieb hier überall, sie guckt mich ganz groß an, als würde sie sagen, ja, also mein Bruder hat jetzt hier ordentlich Arbeit gerade, der kann jetzt nicht, aber, ja, es tut mir auch sehr leid. Aber ich bin ja da, sie war dann hier und da, sie war dann hier und hat steht dann da und guckt ganz mitleidig, ja, tut mir leid, also mein Bruder hat keine Zeit gerade, äh, der muss arbeiten. Guck, sie steht hier, mein Bruder hat keine Zeit, der hat zu tun, ne, der hat jetzt hier, muss arbeiten, aber da kommt er schon. Aber ich muss trotzdem gucken, also, irgendwas ist da, naja, Papa, woher? Ja, Mann, was ist denn da, soll ich ihm helfen, sag, wäre besser vielleicht, ach, Mann, keine Zeit, heute ist Arbeit angesagt. Guck, sie steht hier ganz, okay, er muss arbeiten, ich kann höchstens essen vielleicht, aber ich helfe ihm so ein bisschen, in so Jahrland und so, wie die Menschen, dann, richtig süß, also, ich entschuldige mich für meinen Bruder, dass er dich nicht begrüßt, liebe Mama, aber ich bin ja da, ich hab dich lieb und ich hab auch Hunger, aber er hat keine Zeit, der hat schon die ganze Zeit am Bellen da hinten, ich hab keine Ahnung, was da ist, ist hier eigentlich gar nichts, aber was ist da, die sind ja schon immer mit mir morgens hier vorne, wenn ich aufstehe um drei, dann stehen die schon spalier und passen auf, sind sowieso die ganze Nacht unten, Mama. Aber ich sehe jetzt ordentlich, also, er hat heute wirklich zum Frühstücken, hat er jetzt keine Zeit, was sind da unten jetzt wieder, Vogel, ach, was ist da, Vogel, Mann. Ich hab Hunger, Bruder, können wir jetzt bitte essen, kannst später weiterarbeiten. Ja, aber irgendwas ist da, also, ich find das auch gemein, dass er mal alles machen muss, ich bleib mal bei ihm, bleib mal bei ihm. Aber da ist nix, Leute, ich weiß auch nicht, warum die da bellen, aber das ist mit Sicherheit irgendwas, sonst wird der nicht wie verrückt bellen. Vielleicht sind die Wildhunde da, das kann schaden. Ja, sie sitzt da wie ein bekossener Bruder, der sagt mir, das tut mir leid, Frauchen, ich würd' ja gerne, ich würd' ja, komm, hier, komm, wir schnuddeln, egal, lass meinen Bruder arbeiten. Das ist so süß, Maschabba. So, bin fertig. Nee. Muss ich ja weiter Wache halten, also, so geht das ja nicht. Oh mein Gott. Was ist denn da? Das ist auch gar nix. Da ist mit Sicherheit was, also das Wetter ist wieder kacke, ne, seht ihr das? Es regnet schon wieder, glaub ich. Es ist halt hart, ne, so ein Leben als Hund. Das ist auch nicht einfach. Immer zu tun, ne. Immer habt ihr zu tun. Hunger hätte ich ja schon, Mama. Gestern, das war richtig witzig, ich hab das gesehen, gestern Abend, da hat, das waren die beiden hier vor meiner Tür, vor der anderen Tür, beide. Und auf einmal hat, hat sie irgendwas gehört und dann sind die da im Affenzahn da hinten hingeflitzt, beide und er hinterher hat erst gar nichts gehört, ne. Und dann war da nämlich ein Mann, der da hinten weggefahren ist, den mussten sie unbedingt richtig mit dem Auto, den mussten sie richtig anbellen. Und als, bevor die beiden weggeflitzt sind, hat sie ihn angeguckt, sie wollte schon los und dann hat sie sich umgedreht, hat ihn angeguckt, so komm, da ist was und dann sind die los und gucken, was da passiert ist. Sie hat gehört und er hat nur reagiert, weil sie los wollte und dann hat sie sich nochmal umgedreht, so komm schon, da ist was und dann sind die da aber hin und dann ist er runter die Treppe und hat wie verrückt da hinten an der Treppe gebellt und sie hat oben gesessen. Und sie hat sich hingesetzt und hat nur von hinten zugeguckt. Und er hat den Mann da angebellt, ne. Richtig witzig. Die haben so ihre Aufgabenverteilung, ne. Das ist der Herr im Haus und sie, sie ist halt die Dame, ne. Die helfen Hand. Er hat kein Auge für mich. Das ist heute richtig viel zu tun. Guck dir den Vogel an, als wollte er sagen, also du fehlst dir jetzt gerade noch, ne. Hau bloß ab. Mama, ich hab Hunger. Mann, oh. Okay. Hast du jetzt Zeit, was zu essen? Hm? Mal gucken. Ich glaub, der ist noch nicht durch da. Dann geh ich jetzt mal von der anderen Seite gucken. Das ist fünf vor halb acht. Da sag ich ja, also da ist noch was im Argen. Noch ist er nicht ganz fertig mit der Arbeit. Erst mal ein bisschen was trinken vielleicht. Ne. Da hinten nochmal gucken. Pipi machen. Der Pipi machen muss sein. Oder Kacke? Ne. Weiter schnüffeln. Dann sag ich, mach mal weiter, Leute. Was habt ihr denn dafür? Ah, das sind die Bananen? Ne. Doch. Das ist die Bananen? Ne. Keine Ahnung. Der ist scheinfertig zu sein. Können wir jetzt essen, bitte? Wenn der nicht will, dann gib mir. Oh, Baby. Ja, ihr kriegt jetzt Essen. Der Herr ist fertig mit der Arbeit. Er wäre jetzt bereit, zum Essen zu kommen. Gerade fertig geworden. So. Okay. Dann geht's los. Ich bin schon wieder in Kunde Klamotte. Steh schon bei Wuss. Mach ja, weil ihr seid so süß. Ich sag ja, wie so ein altes Ehepaar, ne? Oh, nee. Guck. Da ist Kacke. Der Schwarz-Weiß ist immer da. Die anderen nicht, ne? Du wartest immer schon jeden Morgen. Die wartet immer. Die ist immer hier. Bist immer da, ne? Naja. Bist nur ganz süß. Ich hab irgendwas, was mir hier rumkrabbelt im Bett. Das sind bestimmt Maulbären, oder? Das sind bestimmt die Bären, die da überall auf dem Bazar verkauft. Ich guckle das jetzt mal. Madame will nicht essen. Die hat auch schon gehabt. Wo sind denn eigentlich meine Geschwister alle hin? Es ist doch Essenszeit. Hallo, wo seid ihr alle? Einer da. Na gut, dann gehen wir wieder. Ich könnte doch so einen Stock hier einfach absägen, das hier. Und dann kann ich das als Streben benutzen, um den Zaun mittig zu befestigen. Da hinten, damit ich, das müsste ich dann so ein bisschen einbetonieren. Ich habe nämlich gerade geguckt, er hat da auch so, er hat da auch zwei Metallstreben, die ich in die Mitte stecken kann, weil so ist es viel zu, weil ich will ja den Zaum ziehen von den Hühnern, dass die da zumindest, soweit ich das da schon mal angefangen habe, dass die da so frei laufen können. Da will ich das ja so drüber decken, dann müsste ich nochmal so ein grünes Zeug holen, das ist ja nicht das Problem. Und dann kann ich, er hat hier auch diese Metallstreben, die sind aber wirklich richtig schwer. Und außerdem gehören die mir nicht, das müsste ich erstmal fragen, weil ich will das ja einbetonieren. Und genau, da könnte ich einfach, die sind ja richtig schön gerade gewachsen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich kann ja einfach so einen Stamm absägen und dann kann ich den als Zwischenstäbe benutzen hier. Wisst ihr, ich will ja, ich will ja den Zaun einmal, ich würde ihn am liebsten um den Baum mit reinnehmen, weil das sind Kampfhennen und die schlafen auf den Bäumen, also die lieben das, auf Bäumen zu fliegen. Also ich würde schon gern diesen gesamten Bereich einmal einzäunen. So, ob mir mein Zaun reiht, I don't know. Ich hatte ja schon mal probiert, es geht bis da hinten hin, so no, kann ich aber auch ihn kürzer, also kleiner machen. Ich würde den Baum dann nicht mit reinnehmen und den Zaun hier beenden, also quasi einfach so. Aber ich brauche trotzdem Stabilität, ich brauche mindestens einen Stamm da, hier und da vielleicht und da nochmal. Außerdem muss man ja auch immer da rein, weil ich die ja füttern muss. Klar, ich könnte das Futter da draußen hinstellen, muss ich da nicht immer reinlatschen, das würde auch gehen. Aber irgendwie muss ich da nochmal so eine Art Tür bauen. Denn der Zaun ist nicht hoch genug so. Und wenn ich den Baum nicht mit reinnehmen würde, könnte ich den vielleicht nochmal so ein bisschen mit doppelt machen. Ich kann den aber auch an diesem Zaun, weil der ist eigentlich, ich habe den ja einmal in der Mitte durchgeschnitten, die Idee, hätte ich auch mal nicht machen sollen. Ich habe nämlich nicht mehr viel von dem Zaun. Ich weiß noch nicht, wie viel das, da müsste ich machen. Ich habe den auch noch nicht gesehen da draußen irgendwo. Ob ich da nicht nochmal so ein, von dem Zaun irgendwas finde in dem Baumarkt. Aber wenn ich das verkleine, also den Raum verkleine, also quasi von da, dann kann ich den Zaun wieder doppelt machen. Dann müsste ich ihn irgendwie mit Draht wieder. Aber ich brauche erstmal so Metall, so Stäbe, dass ich das, dass ich das befestigen kann, damit es Stabilität hat. Das wäre so mein Anliegen. Und mir ist eben aufgefallen, dass diese Dinger ja richtig Dings sind. Die sind ja richtig gerade gewachsen. Da kann man ja was absägen und dann einbetonieren oder eingraben. Aber ich denke mal, ich muss betonieren, sonst hält das nicht. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ich habe da hinten ja Zement oder Beton oder was auch immer das da ist. Das wird schon Stabilität geben. Tschallah. Wenn ihr mich fragt, warum ich diese Apfelsin nicht esse, kann ich euch sagen, weil ich Angst habe, dass da die Hunde und die Katzen und ich habe sie nicht gesehen immer dran rumgeschnüffelt haben. Da habe ich keinen Bock irgendwie. Oben habe ich ja schon alles abgemacht soweit. Bis da auf der Gans oben. Die sind jetzt auch nicht mehr gut. Die will ich nicht mehr essen. Die sind vielleicht, die eine da noch würde gehen. Und da sind noch ein paar, die man vielleicht essen könnte. Naja, jetzt gehe ich erst mal wieder rein. Ja. Ich habe sie wieder befreit. Und wir können jetzt starten mit den Hunden. So. Was gibt es bei euch zu erzählen heute? Wie war die Nacht? Mich juckt alles schon. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich zu den Hühnern gehe, glaube ich, dann denke ich mir, ich will auch unbedingt, wenn ich nächstes Mal beim Tierarzt vorbeigehe, nach den Mit- und für die Hühnerfragen. Aber vergesse ich halt immer. Wie letztes Mal war ich beim Tierarzt, habe ich die Hühner vergessen. Aber die sehen auch gut aus. Aber trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn die prophylaktisch natürlich noch mal eingespritzt werden würden. Obwohl das hier angeblich gemacht werden wurde. Naja, man weiß nicht. Genau, also die wollen jetzt hier loslegen. Und ich will sie dabei filmen. Scheint wieder alles ruhig zu sein hier im Start. Allein ja. Ne? Pascha? Ja, er weiß genau, dass er Pascha heißt. Das ist ja witzig. Weißt du, dass er Pascha heißt? Ja, sag mal. Ja, sag mal. Weißt du, dass er Pascha heißt? Ja, er ist schon fast zu groß weh. Du musst dein Kupftuch richtig machen. Guck mal, ich weiß es dir mal den Hals. Ich bin noch nicht so ganz, kriege das noch nicht hin. Aber das ist, glaube ich, gut. Ich sitze hier in meinem Bett, weil ich mich wieder ein bisschen hingelegt hatte heute Morgen. Und ja, ich bin übrigens immer so rot, ne? Also meine Stimme ist auch weg. Ich habe wahrscheinlich durch den Kack husten, der immer noch nicht weg ist. Aber ich merke, dass sich das alles löst. Und dass ich auch vermehrt Schleim im Mund habe, wenn ich huste. Und ja, aber vorhin habe ich Schwierigkeiten gehabt, das hoch zu husten. So wie das ja auch bei meinem Dauerhusten der Fall ist. Das war sehr anstrengend. Ich habe lange gebraucht, bis ich den Kram hoch hatte. Naja, dann rieche ich mir wieder. Ich lege mich nochmal ein bisschen hin. Und ich habe mich da vorher doch mal eingecremt. Das mache ich ja immer, weil meine Haut so trocken ist, ne? Und so spannt auch durch die Sonne. Ich mache Sonnenbrand, ne? Klar, ich weiß, Sonnenschutz benutzen. Aber möchte ich nicht, ne? Ich hatte schon mal erklärt, warum. Und ich verleite niemanden dazu, das nicht zu tun. Und bitte hört nicht auf mich, aber ich mache das nicht. Weil ich habe keine richtige Sonnencreme. Alle Cremes, die einen Sonnenschutz haben, bringen meine Augen derart zum Tränen, dass ich das nicht aushalte. Und den ganzen Tag sehe ich dann nur verschwommen. Naja, egal, darum sollte es gar nicht gehen. Ich wollte einfach nur kurz sagen, was ich so auf der Seele habe oder trage. Ich habe nämlich, also ich wusste natürlich, dass der Islam mit der Traumdeutung, dass das wichtig ist. Ja, weil natürlich überall in den Hadithen, im Koran wird das erwähnt, dass die Traumdeutung dort ausgelegt wurde. Und ich habe, um darauf zurückzukommen, geträumt. Ja, ich habe wirklich geträumt. Und ich weiß, dass böse Träume vom Satan kommen und dass man nicht darüber sprechen soll. Also wenn wir einen Albtraum haben oder wenn wir irgendwas Schlechtes geträumt haben, sollen wir es nicht aussprechen. Denn die sind immer vom Satan, vom Teufel. Und wir sollen, wenn wir aufwachen, dreimal über die linke Schulter spucken, aber nicht so richtig nennen. Nur so spucken und uns dann auf die rechte Seite drehen, also auf die andere Seite. Und Gott um Hilfe bitten. Wir können auch aufstehen und zwei Recker beten. Können um Hilfe bitten, sozusagen im Gebet Erleichterung finden. Und ja, deswegen ist es auch wichtig eigentlich, dass wir uns nebenher auf der rechten Seite schlafen sollten. Nicht auf der linken. Naja, jedenfalls hatte ich eigentlich keine. Es war jetzt kein Albtraum, aber es war etwas, wo ich gedacht habe, das jetzt eigenartig. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, ich würde jetzt ganz gern mein Hadith-Buch lesen von den Überlieferungen unseres Propheten Mohammed. Allah, Friede und Segen sei mit ihm. Und habe mir das Buch zur Hand genommen. Und dann war dort auch eine Begebenheit beschrieben, wo jemand auch um Traumdeutung bat. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da scheint ja doch alles sehr wichtig zu sein. Das wusste ich natürlich. Ich habe im Internet mal nachgeguckt jetzt. Und das ist tatsächlich im Islam eine sehr wichtige, hat schon eine sehr wichtige Bedeutung. Also, dass das so sehr auch von Wichtigkeit ist, wusste ich jetzt gar nicht. Obwohl ich natürlich weiß, dass das oft eine Rolle spielt in den Begebenheiten, die ich bisher so gelesen habe. Und ja, das ist sehr interessant gewesen. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt eben. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Und ja, insofern überlege ich jetzt, was ich mache. Ich sitze hier und habe, wie gesagt, die Hadith-Gest. Da habe ich viel zu wenig bis jetzt im Ramadan gemacht. Weil ich immer denke, ich habe so viel zu tun mit YouTube. Ich muss das machen und das machen und das machen. Und dann schiebe ich das und schiebe ich bitte, lese dann immer abends erst die Hadith. Aber dann bin ich so müde, dass ich gar nicht mehr lange lesen kann. Das bereue ich dann immer. Und ich habe gedacht, ich möchte das jetzt machen. Ich habe mich ein bisschen hingelegt und bin aber trotzdem gar nicht so weit gekommen, weil ich dann im Internet recherchiert habe nach der Traumdeutung. Und das ist wohl sehr, sehr schwierig. Und es wird auch eindeutig davor gewarnt, das als Laie, als Unwissner zu machen. Das können wohl nur Gelehrte, die das jahrelang geübt haben. Und ich finde das trotzdem ein interessantes Thema, der Traumdeutung. Und genau, ich überlege jetzt, was ich jetzt mache. Denn ich habe zwei meiner Vlogs eingestellt. Der letzte ist noch am Hadern. Also der letzte heute Abend, den habe ich noch nicht eingestellt. Das kann ich aber auch nachher machen, wenn ich das Fasten gebrochen habe, inshallah. Die wichtigen sind immer meine Vlogs um 16 Uhr. Ich sage mal, türkische Zeit, 16 oder 19 Uhr. Stelle ich die immer ein. Ihr habt dann automatisch zwei Stunden vorher die Vlogs natürlich. Das ist schon mal blöd, mit zwei Stunden Zeitunterschied. Aber ich glaube, eure Zeit stellt sich auch bald um, inshallah. Genau, haben wir nur noch eine Stunde Unterschied, so Gott will. Ich überlege jetzt, was ich mache. Also ich hatte ja überlegt, dass ich den Garten machen will, dass ich den Hühnerstall machen will. Dass ich die Stöcke absägen möchte und sie einbetonieren möchte. Das Problem weiterhin ist natürlich dann der Zaun. Und dann habe ich mir überlegt, also weil mein Zaun ist einfach zu niedrig. Klar, ich kann das zusammenbinden, aber das wird alles instabil. Ja, der Zaun an sich ist schon instabil. Und da ich ja dieses ganzen Problem habe, beziehungsweise es ist ja wirklich sehr schön. Ich freue mich so, dass die kleine Schwarze den Garten als ihr Zuhause ansieht. Weil das muss so sein. Sie ist immer da. Ja, wenn ich komme in den Garten, sie ist immer irgendwo. Sie kommt auch sofort, wenn ich da reingehe. Und insofern auch die anderen Grauen, die sind auch da zu Hause. Aber die sind immer auf dem Zwutsch. Die eine Graue ist ja auch ein Männchen. Vielleicht ist die andere Graue auch ein Männchen. Vielleicht ist sie ein Weibchen. Das kann sein. Die muss halt nicht aber auf Suche gehen. Und sie ist ja auch zart und klein. Jedenfalls habe ich mir gedacht, das muss stabil sein, damit die Katzen das nicht zerstören. Und je mehr Wackelpunkte ich habe in diesem Gehege, desto instabiler wird das. Und da habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht wieder runtergehen soll. Und ob ich nochmal gucken soll nach dem Zaun. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Baumarkt ich einen Zaun gesehen habe. Ich habe ihn mehrfach schon gesehen. Aber wo, ich weiß es nicht. Ist es in diesem großen Baumarkt? Gibt es da einen Zaun? Da möchte ich nicht so gerne rein, weil das sind ja Bekannte. Ich schäme mich dann immer. Keine Ahnung. Dann lieber fremd irgendwo. Wenn Leute, keine Ahnung. Ich schäme mich dann. Kennt ja meinen Mann alle und so. Ich weiß nicht. Also insofern. Aber ich habe das da auch nicht gesehen. Hätte ich den draußen gesehen, den Zaun, dann würde ich da vielleicht auch reingehen. Aber es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Also ich würde das mit dem Garten erst nochmal schieben. Weil selbst wenn ich jetzt anfange, dann ist der ganze Tag weg und ich kann es doch nicht zu Ende bringen, weil mir der Zaun fehlt. Und ich habe ja auch diese Plane nicht, die ich darüber spannen will. Aber tatsächlich würde ich diese Plane erst kaufen wollen. Also dieses grüne Zeug, damit die nicht wegfliegen können, wenn ich den Zaun habe. Denn vielleicht kann ich sogar den Zaun oben als Stabilität mit drüber bringen. Diesen grünen, den ich habe, wenn ich die Seiten strebe mit einem festeren Zaun habe. Den Zaun, den wir auch verwendet haben für vielleicht für den anderen Gartenbereich des Problems. Ich weiß aber, dass der sehr schwer sein wird. Also wir haben 750 Telle. Für wie viele Meter haben wir denn da? Ich glaube, 10 Meter haben wir gekauft oder vielleicht sogar 20. 750 hat er bezahlt. Das ist gar nicht so viel. Und hier würde ich jetzt auch überlegen, zu welchem Baumarkt ich gehe. Gehe ich den Weg runter, da ist ein kleinerer Baumarkt. Oder gehe ich den weiten Baumarkt, wo wir letztes Mal dieses grüne Zeug gekauft haben. Das ist aber Blödsinn, weil es ist echt weit weg. Und ich wüsste nicht, dass ich da einen Zaun gesehen habe. Das ist ja auch nur, das ist ja ein Latschig bis dahin. Deswegen bin ich am struggeln. Der große Baumarkt, der ist ja gar nicht so groß. Ja, also der hat ja auch nicht so viel. Es gibt noch einen Baumarkt, der sehr teuer ist, glaube ich. Also, naja, es gibt natürlich hier noch den Gottsch, der Gottsch, der gehe ich ja nicht hin. Ich muss nicht mit der Bahn nach Halania fahren, da liegt der Halania, da fahre ich nicht hin. Aber vielleicht gehe ich den Berg runter, da waren auch einige kleine Baumärkte, habe ich gesehen. Diese kleinen Baumarkt, das ist diese kleinen Läden, die so Bausachen. verkaufen. Soll ich da hin? I don't know. Es ist auch wirklich warm geworden. Guckt euch das mal an, es ist richtig warm. Wir haben 21 Grad, Maschallah. Das ist ja schön, aber ich bin jetzt hier in der Mittagshitze unterwegs. Ich fasste ja auch. Das ist jetzt nicht das Ding, kriege ich schon hin, Inchallah. Aber die Sonne, die knallt auf mein Gesicht. Also vielleicht den kürzesten Weg nehmen. Ich habe auch keinen Zaun im Salle Passage gesehen. Ich habe auch keinen in diesem Karnevalsshop gesehen. Der ist auch kein Zaun. Aber ich weiß es nicht. Ich muss das jetzt aber entscheiden, weil demnach muss ich ja den Berg runter. Also den Mittleren an der Baustelle runter, das ist Quatsch, weil da ist kein Baumarkt. Oder wenn ich die Barbaros runtergehe, der Barbaros, gibt es bestimmt einige. Das wäre der direkte Weg zu diesem weiten Baumarkt, zu dem Kleinen. Das ist mir zu weit. Dafür ist es auch schon zu spät. Das ist noch gar nicht so spät. Aber trotzdem muss ich es nicht machen. Mein Nachmittagsgebet werde ich sowieso wieder verschieben müssen, weil das ist schon zu spät jetzt. Soll ich vielleicht erst mal den Garten machen und morgen gehen? Aber ich will wissen, deswegen muss ich das ja dann, und da muss ich ja drauf hinarbeiten. Finde ich den Zaun? Wenn ja, dann kann ich das ein bisschen weitermachen. Und wenn er nicht so schwer ist, ich den Hof tragen kann. Ich gehe den Dienstagsbasar bergrunter und gucke mal diese anderen Baumärkte, die da an der Ecke sind. Und ich glaube, das mache ich. Ich bin aber auch ziemlich kaputt. Also ich bin schon müde. Also ich habe weder dazu Lust, noch habe ich Lust, im Garten anzufangen. Ich bin wirklich so ein bisschen ausgelaugt. Das ist schon alles nicht ohne, was ich hier alles besser mache. Aber ja, was soll ich sonst machen? Und ich würde gerne diesen Hühnerkram da mal beenden, dass die da mal ihr Gehege haben. Das mit dem Zaun, den ich habe, ist einfach so eine Bastelarbeit alles. Und dann wird es instabil, wenn ich die Zäune zu flach mache, dann hat das ja keinen Wert. Und wenn ich ihn höher mache, weil ich die Zäune, die ich habe, zusammenbummeln mit Draht, dann ist es instabil. I don't know. Ich müsste einen neuen Zaun holen. Aber wo? Ich gehe mal diese Straße runter, diesen Berg, den wir zum Dienstagsbasal gehen. Da ist neben der Bäckerei, meine ich, so ein kleiner Laden gewesen. Eine Nachricht. Gut. Dann machen wir mal. Stehen wir mal auf. Okay. Essen hatte ich. Ich habe nur keine Soße mehr. Ich hatte ja noch Wurzeln und Kartoffeln. Dann mache ich mir die Bechamelsoße zu. Mit Butter anbraten, Milch. Milch muss ich kaufen. Das reicht nicht mehr. Obwohl, reicht vielleicht schon. So gerade eben. Also unbedingt einkaufen muss ich jetzt nicht. Ich würde aber gerne mir noch ein bisschen so einen Obstsalat machen heute. Da hätte ich mal Hunger drauf. Ich glaube, ein paar Vitamine tun mir ganz gut. Ich muss mich aufraffen. Ich habe gar keinen Bock. Wirklich zu gar nichts. Das wird ja einfach gern. Das ist jetzt nicht gleich. Ja, aber das machen wir natürlich nicht. Also Heidi. Heidi.